Auf die Ohren. Literaturgeschichte erarbeiten. Gemeinsam im Digitalen. Ein Podcast von literaturgeschichten.de. Im Folgenden werden die wechselnden Geschlechterverhältnisse im Zeitraum zwischen Frühaufklärung und dem ausgehenden 18. Jahrhundert beleuchtet. Definitionen von Kategorien wie Geschlecht und oder Gender sind historisch bedingt und variabel. Sie sind abhängig vom jeweiligen Stand der Theorie, von den gesellschaftlichen Umständen, dem technischen Fortschritt und dem herrschenden Menschen- und Naturbild. Sie sind somit Teil der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit. Dies gilt auch für das heutige Verständnis von Geschlecht bzw. Gender. Es handelt sich um Denkweisen oder Argumentationsmodelle, die stets in ihrer Kontext- und Interessengebundenheit reflektiert werden sollten. Zudem ist der jeweilige theoretische, gesellschaftliche bzw. gesellschaftskritische, philosophische und ästhetische Standpunkt mit zu reflektieren, von dem aus auf die jeweilige historische Zeit geblickt und diese bewertet wird. Schließlich lässt sich auch der historische Wandel von Geschlechterkonstellationen fokussieren, lassen sich aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive Veränderungen, Verwerfungen und Justierungen innerhalb einer Interpretationsgeschichte von Geschlechtlichkeit nachvollziehen. Doch trotz wiederholter Versuche, einen historisch stringenten Verlauf der Geschlechterordnungen zu entwerfen, hat sich gezeigt, dass große Entwicklungslinien innerhalb des historisch-differenten Geschlechterwissens schwer zu entwerfen sind. So zeigt sich beispielsweise gerade im Übergang vom Spätmittelalter zur Aufklärung ein Pluralismus der Diskurse, Diskursbündelungen und Diskursüberschreitungen. Mit dem Begriff der Geschlechtervariationen versuchen Judith Thiemann und Susanne Klinger einem Konzept diachroner gradueller Differenzierung, aber auch synchronen Nebeneinanders sowie der Kontextgebundenheit teils konkurrierender Geschlechterkonfigurationen Ausdruck zu verleihen. Geht man von einer solchen Vielfalt aus, so erweist sich aus historischer Perspektive mit Blick auf die Geschlechterkonstellationen das Prinzip konkurrierender Konzepte und Variationen als vorherrschend. Ein Blick in europäische Naturrechtslehren des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts verdeutlicht dies. Denn es zeigt sich dabei, dass sie kein in sich geschlossenes System bildeten, sondern durch eine inhaltliche Unbestimmtheit ihrer zentralen Begriffe, wie zum Beispiel den Begriff der Natur, gekennzeichnet waren. Dadurch waren sie sowohl für eine Bekräftigung der geltenden Ordnungen als auch für die kritische Infragestellung des Bestehenden anschlussfähig. Traditionalistische und aufklärerisch naturrechtliche Ideen existierten nebeneinander. Und zwischen diesen beiden Polen bewegten sich auch die Debatten um die Stellung, die Rechte und Pflichten der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft beziehungsweise innerhalb des Hauses. Die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bowenschen hat versucht, eine basale Taxonomie der Geschlechterkonstellationen herauszuarbeiten. Sie hat eine solche in einer historisch wechselnden Vorherrschaft von Ergänzungstheoremen und Egalitätstheoremen in den Diskursen über die Geschlechterverhältnisse gefunden. Die Denkbewegungen zwischen Frühaufklärung und Empfindsamkeit, mit denen sich Bowenschen hauptsächlich beschäftigt, eignen sich in der Tat gut für die Exemplifikation dieses Wechsels. Denn betrachtet man die avancierten Theorien des frühaufklärerischen Rationalismus, so stehen diese im Zeichen egalitärer Tendenzen. Die Frauen wurden als Vernunftwesen anerkannt. Bedeutende Vertreter der Philosophie dieser Zeit nehmen progressive Gedanken bezüglich der Gleichberichtigung der Geschlechter vorweg, die erst in den Frauenbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts sukzessive an Tragfähigkeit gewinnen sollten. Für Deutschland sind hier unter anderem Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, Karl Friedrich Barth und Theodor Gottlieb Hippel bedeutsam. Letzterer vertrat beispielsweise die Ansicht, Das Weib ist wie der Mann. Es gibt hier keinen Unterschied. Sie sind allzumal Menschen. Nach Hippel sind es die äußeren Bedingungen, die Erziehung sowie die beruflichen Möglichkeiten, die zur Benachteiligung der Frauen geführt hätten. Und auch zahlreiche andere Gelehrte, wie beispielsweise Johann Christoph Gottschett, verfolgten ein progressives weibliches Kultur- und Bildungsprogramm, das den Frauen eine aufklärerische Entwicklung zur Kritikfähigkeit und die Möglichkeit einer gewissen Teilnahme am Literaturbetrieb eröffnen sollte. Dieses neue Bildungsprogramm wurde vor allem über die moralischen Wochenschriften, wie zum Beispiel Gottschetts vernünftige Tatlerinnen, verbreitet, die gezielt für ein weibliches Lesepublikum entworfen wurden und in denen auch schreibende Frauen einen Publikationsort fanden. Die Schriftstellerin Christiana Mariana von Ziegler zählte zu jenen Frauen, die unter anderem auch in Gottschetts Zeitschriften publizierte. In ihrem Artikel Abhandlung, ob es dem Frauenzimmer erlaubt sei, nach Wissenschaft zu streben, befürwortete sie offensiv die Bildung von Frauen damit, dass das Recht darauf in der naturrechtlich gegebenen Gleichheit der Geschlechter begründet sei. Gottschett förderte die Aufnahme Zieglers als erstes und einziges weibliches Mitglied in die deutsche Gesellschaft sowie ihre Krönung zur Poeta Laureata 1733 durch die Universität Wittenberg. Und auch seine Ehefrau, Luise Adelgunde-Victorie Gottschett, erhielt von ihm eine für die damalige Zeit außergewöhnliche intellektuelle Förderung. So ließ er sie beispielsweise aus einem Nebenraum bei angelehnter Türe seinen Vorlesungen an der Universität Leipzig beiwohnen. Es mag aus heutiger Perspektive befremdend klingen, dieses Vorgehen als ein Fortschrittliches zu bezeichnen. Doch dabei muss bedacht werden, dass Frauen zu dieser Zeit der Zugang sowohl zu schulischer als auch universitärer Bildung verwehrt war. Einzig über privat angestellte Lehrer konnten sie einen gewissen Bildungsgrad erlangen. Doch auch unter jenen, die sich private Lehrer leisten konnten, blieb die Zahl derer, die ihren Töchtern mehr als eine für die gesellschaftliche Konversation und ihre spätere Rolle als Ehefrau notwendige Bildung zukommen ließen, gering. Dies bedenkend darf gleichwohl nicht verhohlen bleiben, dass die Förderung, die Frauen wie Luise Adelgunde-Victorie Gottschett, aber zum Beispiel auch die Schriftstellerin Sophie von La Roche und andere erhielten, eine durch und durch von Männern kontrollierte Bildung war, hinter der nicht zuletzt ein bestimmtes Bild von der gelehrten Frau stand. Der Intellekt der Frauen, so schreibt Sylvia Bowenschen, sollte nicht frei flutend jegliche Autorität in Frage stellen dürfen. Er wurde vielmehr in sorgsam ausgehobene Kanäle gelenkt. Zu diesem Zweck wurden beispielsweise in den moralischen Wochenschriften regelmäßig Listen mit Lektüreempfehlungen für Frauen und Hinweise zur erlesenen Frauenzimmerbibliothek publiziert. Und auch die Briefkorrespondenzen, sei es diejenige Luise Adelgunde-Victorie Gottschett mit ihrem Mann oder die Sophie von La Roche mit Christoph Martin Wieland, enthielten Empfehlungen gewisser Bücher und rieten von der Lektüre anderer ab. Darüber hinaus gaben die Männer darin qualitative literarische Werturteile ab und vollzogen damit eine gezielte Rezeptionslenkung. Die an der Idee der Egalität orientierte Entwicklung, die mit der Vorstellung von der Frau als Gelehrte in der Frühaufklärung begonnen hatte, blieb allerdings nicht von Dauer. Denn etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts verstärkten sich unter dem Einfluss der empfindsamen Strömungen Tendenzen, die Kategorien wie Natur und Verstand dazu nutzten, die Hierarchie zwischen dem herrschenden, männlichen und dem dienenden, weiblichen Geschlecht nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern zu essentialisieren. Bei der Essentialisierung von Geschlecht handelt es sich um die Vorstellung, dass sich aus bestimmten natürlichen Unterschieden spezifische Rollen und Verhaltensweisen der Geschlechter im Sozialen ergeben. Sie sind somit eng mit den Definitionen und dem Verhältnis von Natur und Kultur verbunden. Essentialisierung wird daher oft auch als Naturalisierung bezeichnet. Die jeweiligen Rollen und Verhaltensweisen werden in der Sozialisation erlernt und im Alltag sowie in institutionellen Kontexten aktualisiert und bestätigt. War bis ins 18. Jahrhundert ein grundsätzlich anderes Modell der Geschlechterdifferenz gültig, in dem Mann und Frau graduell jedoch nicht aufgrund einer fundamentalen Opposition voneinander unterschieden waren? Und blieben Aussagen über Mann und Frau hauptsächlich auf deren soziale Position und die damit verbundenen Tugenden sowie auf geschlechterspezifische Rechte und Pflichten bezogen? So wurden etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts Charaktereigenschaften benannt, die auf der Behauptung eines der Natur abgelauschten und daher mit universeller Gültigkeit versehenen Geschlechterdualismus fußten. So kam es zu der Annahme einer anthropologisch invarianten Geschlechterstruktur. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bildet sich die Ansicht vom sogenannten Geschlechtscharakter heraus, die als eine Kombination von Biologie und der Bestimmung der Natur abgeleitet und zugleich als Wesensmerkmal in das Innere der Menschen verlegt wurde, wie Karin Hausen dargelegt hat. Es kommt folglich zu einem Wechsel des Bezugssystems der Aussagen über Mann und Frau. Standesdefinitionen werden durch Charakterdefinitionen und damit ein partikulares durch ein universales Ordnungsprinzip ersetzt. Christian Fürchtegott-Gellert bestimmt den Geschlechtscharakter beispielsweise wie folgt. Welch ein weisheitsvoller Kontrast ist nicht die Verschiedenheit des Charakters von beiden Geschlechtern? Und mit wie vielen Vorteilen und Annehmlichkeiten des Lebens ist nicht diese Verschiedenheit verbunden? Der Mut und die Tapferkeit des männlichen Geschlechts und die Leutseligkeit und Schüchternheit des Weiblichen. Der große Verstand der Männer zu Erfindungen und mühsamen Unternehmungen in öffentlichen Geschäften und der feine Verstand des schönen Geschlechts zu dem, was Ordnung, Wohlanständigkeit und Geschmack im Hauswesen erfordert. Wie sehr verlangen und unterstützen sie einander? Der Mann geneigt zu herrschen und die Frau geschickt, seine Oberherrschaft durch Sanftmut zu mildern. Er geschickt, sie zu beschützen und zu versorgen. Sie geschickt, ihm seine Sorgen zu erleichtern und durch Freundlichkeit zu vergüten. Innerhalb eines solchen, auf einer natürlichen Ordnung fußenden Ergänzungstheorems, wie es in ähnlicher Form zum Beispiel auch Jean-Jacques Rousseau und Joachim Heinrich Kampe vertraten, war das Spannungsverhältnis zwischen den egalitären Prinzipien des Naturrechts und der patriarchalischen Tradition aufgehoben. Denn nun erfüllten sowohl Frauen als auch Männer den ihnen natürlich zugewiesenen geschlechterspezifischen Part. Es etablierten sich anthropologische Projektionen von einer physischen und psychischen Disposition der Geschlechter für Eigenschaften wie Aktivität bei Männern und Passivität bei Frauen, Rationalität bei Männern und Gefühl bei Frauen. Für die sich daraus ergebenden Rollen war demnach nicht die Gesellschaft oder die Erziehung verantwortlich, wie Hippel dies angenommen hatte. Stattdessen wird das asymmetrische bürgerliche Geschlechtermodell, das Räume und Tätigkeiten geschlechtlich kodiert, durch eine natürliche Ordnung beglaubigt. Diese Geschlechterstruktur, die sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts herausbildete, erwies sich als erstaunlich resistent. So diagnostiziert beispielsweise die Soziologin Claudia Honegger, die scheinbar direkt von der Natur abgelauschte Ordnung der Geschlechter ist mit ihrem Überhang an unreflektierter Deutung konstitutiv für die Moderne insgesamt. Und auch Franziska Schössler und Lisa Wille betonen in ihrer Einführung in die Gender Studies von 2022, dass die androzentrische Dominanz sich in der westlichen Kulturgeschichte vom Ende des 18. Jahrhunderts bis heute fortschreibe. Sie hörten einen Podcast aus dem Ligedi-Projekt. Es sprach Tanja Angela Kunz, die auch die Autorin des Textes ist. Folgen Sie unseren Podcasts auf dem YouTube-Kanal des Projekts. Dieser Podcast ist unter der Creative Commons Lizenz CC by ShareLike lizenziert. Auf die Ohren. Literaturgeschichte erarbeiten. Gemeinsam im Digitalen. Ein Podcast von literaturgeschichten.de.